Ausspracheübung 2 Entschuldigen Sie bitte, wo ist die Schuhabteilung? Die Schuhabteilung ist in der ersten Etage. Dankeschön. Stück Frühstück Stand Taxistand Wo ist hier ein Taxistand? In der Bahnhofstraße. Sport Sportabteilung Entschuldigen Sie bitte, wo ist die Sportabteilung? Die Sportabteilung ist in der dritten Etage. Rolltreppe Reisebüro Geradeaus Rechts Entschuldigen Sie bitte, wo ist das Reisebüro? Hier rechts. Die Treppe runter und dann wieder rechts. Die Frauen werden genutzt. Untertitelung des ZDF, 2020